Es wird wieder Zeit für die legendäre, super, ultra krasse Wer-Verlässt-Runde in Fortilla. Zusammen mit Pishter. Oh, was pflanze ich hier denn auf? Hm, eine Erdbeere? Und Trinan. Das geht. Und der tanzende Stace mit seinem Freundschaftsband. Ich bin Stace, der mit den Silentern. Leute, wie viele Likes sollen gedroppt werden? 500. 500.000. Okay. Abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Und diese Runde wird wieder anders krank, denn Pishter und ich haben eine Rechnung offen. Es wird wieder ein 2 gegen 2. Pishter aka Ben Taucher und Ocean Skin gegen Trinan und Stace. Okay, let's go Richtung Fortilla. Mozzarella. Was für Fortilla? Jungs, wer das Wasser berührt, ist disqualifiziert. Ihr wisst Bescheid. Das Wasser darf nicht berührt werden. Oh, oh. Das glaube ich hier nicht. Ey, komm, Gegner mit. Es kommt Gegner mit. Na, dann muss ich die kurz mal aufhobst nehmen. Ey, ich hab schon Luft. Was willst du von mir? Digga, so ein Ding ist das. Jungs, guck mal. Was hast du da jetzt schon wieder gefunden? Ja, gönn die Bandagen. Toll. Bam. Nein. 86er, als ob das nur ein 86er war. Stace ist fast tot. Let's go. Heddy gegeben. Aha, Stace ist tot. Jungs, ich hab ihm so einen schönen Heddy gegeben. Wie komm ich jetzt hier runter? Mir. Der wird sich locker wiederbeleben. Wo ist der, wo ist der, Stace? Hilfe. Das sind Bandagen. Ich hab nur Jagdgewehr. Jungs, ich hab mit dem Jagdgewehr gerade ein Heddy verpasst. Kümmert euch doch um eure eigenen Kills. Schade. Da sieht man halt wieder dein Verhalten, Tridan. Ich hab vor, ich hab Zeck. Kisse. Mad Kid. Wichtig. Okay, okay. Ich hab zwei Angels. Ja, ich findest überall Angel. Angel ist jetzt nicht das Problem, Digga. Wir müssen Ocean Motion finden. Wir nehmen das, was vor dir liegt, Sace. Angel, Angel. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, hallo. Ist hier jemand? Komm schon. Nein. Ach, Pischter, du bist verreckt? Ja, ich bin verreckt. Ihr müsst dich wiederbeleben. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ich muss jetzt seine Karte holen. Ja, schade. Toller Partner wieder. Toller Partner wieder Pischter. Toller Partner. Warum verreckt er nicht? Bam. Ich hab noch einen Pischter. Hä? Erstmal ein bisschen verhören. Ja, junge Dame. Was ist denn dein Problemchen? Bam. Uh, P90. Pass auf, es kommt noch einer zu. Es kommt noch einer, Bro. Ja, warte, 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 warte. Ah. Gleich keine Mets mehr. Gleich keine Mets mehr. Ich komm, Bro. Bam. Nein, 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 nein. Rob, hopp, ich komm nicht. Ich komme. Sio, ich bin fast down. Unter dir? Trillan, du musst mich retten. Ich muss Bischofs Karte auf ihre holen. Geh, 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 geh. Ich rette dich. Ich muss Bischofs Karte holen. Mein Teammate ist wichtiger. Bischof, wie soll ich zu dir kommen? Es war nichts. Hab ihn mit Kittert gerobt. Nein. Aber du schaffst die Karte nicht zu tun, oder? Ich muss ins Wasser. Die Karte ist weg. Nein. Eins gegen zwei. Oh mein Gott. Schaff ich das? Ich muss das schaffen. Oh, hab ich lange überlebt. Bischof, du musst mir jetzt Rückendeckung geben. Okay, wir müssen jetzt einen Plan schmieden. Du und ich. Du musst mir aus dem Reis. Ich muss gegen zwei Leute fighten. Wie soll ich das schaffen? Ich schaffe es aber. Egal, dann lege ich mich mit euch beiden an. Kein Ding. Hey, Stu, schmeiß Stace einfach im Wasser. Oh, Trillan, du hast fast das Wasser berührt, Digga. Das war wirklich knapp. Hast du nicht das Wasser berührt? Hast du nicht das Wasser berührt? Nee, hab ich nicht, hab ich nicht. Ich bin extra nochmal zurückgegangen. Ja, mach auch keine Faxen zu mir jetzt. Komm, Digga. Ja, ja. Oh, ho, ho, ho. Ich hab's genommen. Ich hab ihn ausgenommen. Geh das, du, Mensch. Nein, Digga. Geht nicht mehr. Alles gut, du bist raus. Wie nur eine Karte. Ich darf nicht. Du darfst ihn nicht mehr. Ich darf auch wiederbeleben, eine Karte. Nein, Pilze. Er hat einfach Bananen. Er hat für die Pampo. Er hat einfach Bananen. Alter, ich bin wieder, Digga. Mann, meine Karte wurde nicht wiederbeleben. Oh, Mann. Ich hab ihm das mitgesucht. Pischstall, schade. Markier, markier, markier. Ist hier noch ein Gegner, oder was? Ey, das Gegner. Nein, ist ein Boss. Seid mal ehrlich, habt ihr Ocean gekealt? Nein, haben wir nicht. Nein. Oha, Ocean, 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 Ocean. Wo bist du, Ocean? Ich mach das safe. Ich muss ja nicht mehr. Nein, das ist so eklig, ja? Einfach keiner jetzt einfach stays wiederbleiben. Schade, dass keiner von euch einfach Pischter geholt hat, ja? Ihr 31er? Ja, ich muss jetzt hier helfen. Ihr 31er. Ich hab sogar meine Tag aus Versehen gerade gedroppt. Meine Tag Pump. Oha, wichtig. Wichtig, wichtig, deftig, heftig, würzig. Gut. Komm schon. Hm, hier ist ja noch eine Kiste. Ah! Wart ihr das? Lass das doch. Lass das doch mal. Vantage und wichtig. Ganz schmackhaft. Guck mal, was du für ein 31er geworden bist. Schade. Menschen haben sich hier verändert. Safe hier, nicht ins Wasser kommen. Ja, moin, was ist das hier? Ja, ich bin doch. Ocean, wo bist du? Ocean, Potion, Motion. Ich muss Ocean suchen. Hier ist noch eine Kiste. Ah, stabil. Ja, die gehen sich wirklich alle wiederbleiben. Wie ehrenlos ist das. Bip, stage is ready. Bip, stage is ready. Bip, stage is ready. Bip, stage is ready. Na? Na, du Lange? Ja, ich hab Banagen. Oh, komm mal, du, verletzt du. Einfach zwei Kisten sind neben dir. Ja, nimm doch die Kisten, Digga. Nimm doch die Kisten. Ich hol die Kiste. Mach, komm, mach, 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 mach. Ey, das ist so ein 1-3. Guck mal, wie eklig ist er. Nein, wenn ich runterfalle, dann war's das. Ey, ich is Bananen. Ja, Bananen. Ich will sonst wohin stecken, du Bananen. Ekliger Bananenkopf. Okay, danke. Bananen, Fischkopf. Den, 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 den. Ey, Triland! Komm her! Was für Kommer? Was für Kommerz? Was denn, Bro? Oha. Guck mal, wie eklig die wieder spielen. Wie eklig die wieder spielen, einfach. Spiel, stabil. Okay. Ey. Ey, ihr seid richtige 31er, wisst ihr das? Gulu, gulu. Wie? Oh mein Gott. Ey. Ich seh was, was du nicht siehst und das ist grün. Und das ist grün. Juck, ohne Gott! Fluch von der Sound. Wie? Jetzt schon? Ja. Ich wünsche ich nach Landen tanzen. Oh fuck. Ich will pumpen. Fluch von der Sound. Okay, Freunde, ich geb nicht auf. Ich hab gut Heatstuff. Ich hab relativ guten Heatstuff. Was? Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss hier weiter. Hier sind überall Banana, Banana. Ey, da ist Ocean! Ich riske das. Wo ist Ocean? Ja, mach hier. Nein. Du bist. Du beruhst das gesagt. Nein! Ich hab keine Metz und der Hai macht Welle. Ja, schnell, schnell, schnell! Nein, 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 nein. Ocean, motion. Ocean, motion. Nein, ich bin fast runtergefallen. Wo ist die? Stay frei! Chucky! Chucky! Nein! Oh mein Gott. Ja! Gott ist es! Oh mein Gott. Nein! Ich hab Chucky gedunkt. Alles gut, brauche ich mich. Lass mich in Ruhe! Ey, tu heute die Karte. Ich hab keine Metz. Ey, tu heute die Karte. Ich hab keine Metz. Ich hab keine Metz. Du musst aufpassen, wenn er da rein will. Ich hab keine Metz. Ich hab keine Metz. Weg hier. Bam, bam, bam. Oh, was ist denn das? Oh mein Gott. Ey, ich krieg ja gar kein Heel von denen. Ja, aber du stinkst mir. Ich stinke nicht. Ich krieg ja kein Schild. Das ist ja richtig erbärmlich. Jo, guck mal auf meine HP. Ja, guck mal auf meine HP. Ja, guck mal auf meine HP. Ja, guck mal auf meine HP. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht auf deine HP-Leiste gucken. Du eklig. Ja, ich geh zu der Nacht bei Insel. Komm schon, komm schon, komm schon. Darfst du nicht? Darfst du nicht? Das ist der Heel. Das ist doch, das ist. Nein. Das ist Fortella. Das ist Fortella. Das ist Fortella. Ich muss das nutzen. Pisha, was soll ich machen? Use him fish, use him fish. Sicher. Ich mach das anders. Ich mach das anders. Ich hab fünf Metz. Ich gönne mir das Metz. Ja, gönne mir das Metz. Das wird dir nichts bringen. Gönne mir das Metz, du Monkey, die Donkey. Gönne mir das. Gönne dir so oft. Alles gut, Bananen hin oder her. Gönne dir so oft, die Metz, wie du willst. Ey, aber Jungs, ganz ehrlich. Ihr müsst mir schon sagen, wo ihr hingeht, ja? Nicht, dass ihr zu weit weg geht. Gar nichts. Ich sag dir gar nichts. Digga, das ist richtig 31er-mäßig gerade von euch. So richtig 31er-mäßig, ja? Was sagst du da, wir haben? Full 31er. Und das check ich wieder von euch gar nicht. Ey, Typ, was machst du mit Raude eigentlich? Nichts, 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 nichts. Mal gucken, was wir... Oh, der Fisch, der Fisch ist wirklich... Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Weg, geht, Ressau rein! Let's go! Nein. Fischkommels, Rieder! Ja, Metz geht bei mir! Metz geht... Ja, richtig? Okay, okay. Ich hab gar keinen Platz mehr! Du hast gar keinen Metz, du hast gar keinen Platz für Metz. Du hast doch einfach gar keinen Platz für Metz, so'n Ding ist das. Gut, ich hab doch eh voll viele, Bro. Ja, hast du, hätt' ich jetzt auch gesagt. Also, okay, das Ressau ist schon mal gelootet. Ja, das Ressau ist schon mal gelootet. Gut, was macht ihr jetzt? Blut jetzt so, Bro, also... Was macht ihr jetzt, hä? Was macht ihr jetzt, ihr kleinen Metz? Ich hab'n guten Plan, Bro, weißt du? Ich hab' auch'n guten Plan. Weißt du, was mein Plan ist? Ja, Digga, weißt du? Ich heil' mich jetzt erstmal ganz gechillt. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Mach doch, mach doch. Hier kann man eh nicht runterfallen. Ist dir doch klar, oder? Wenn einer von euch runterfährt... War's das? Oh mein Gott, knapp! Oh mein Gott! Ich hab's gesehen, Tridan. Du hast dich richtig knapp gerettet. Ey, Jungs, ihr seid richtige Nervensegen. Wollt ihr das jetzt bis zum Schluss machen, oder was? Vielleicht. Ey, so eine eklige Nervensege! Gönn dir mal Chuck Springs, Bro. Nein. Oh mein Gott. Like a boss, like a boss, like a boss, Leute. Tschüss. Guck mal, was hast du? Ey, ich bin immer noch sauer, dass ich gestorben bin, ehrlich. Wie soll ich das machen? Guck mal, was hast du? Sag mal, ehrlich. Ich hab'ne Idee. Ich hab'ne Idee. Ich gönn mir erstmal die Schillenlagerfeuer. Nein, komm doch her, Jungs. Kommt doch her. Anfachen, anfachen. Ne, alles gut, ich hab' ich weh', obwohl du das brauchst nicht. Du hast recht, Digga. Du hast sowas halt recht. Hey, das wird mit Chuck-Chuck und du wird noch die Klappe. Hm, werde ich das schaffen gegen diese zwei ekligen Monkey-Dunkies? Ich soll' ich mir auch vielleicht ein paar Bande... Soll' ich wirklich noch mal wasten? Ja, ja, du brauchst eh doch keine Mets. Für was dann brauchst du Mets? Ich brauche Mets. Es hat meine... Ich hab' gleich Pläne mit meinen Mets. Ich bin so ein Affe, ich bin die ganze Zeit im Feuer gerade gewesen. Ahhhh. Hm, ich glaub' ich fahre mir noch ein bisschen, Leute. Ich fahre mir noch ein bisschen. Ich fahre mir noch ein bisschen. Ich kenne seine Spieche. Bisschen Farm, paar Bananen gönnen, nom 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 nom. Oder? Ich glaube, ich sollte das anders machen. Ne, ich muss die wasten, ich muss die Bananen leider wasten, Leute. Ich hab' eigentlich einen anderen Plan. Ah, ich muss die Bananen wasten. Jetzt kommt er wieder zu mir, der Egelose. Geht's weg von mir, geht weg, ich hab' keinen Bock auf dich. Wir wollen alle kassieren. Bam 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 bam. Hm. Ich hab' noch echt viel Loot, Jungs, ich will ja nichts sagen. Schade, Pisschen Farm. Ich hab' dich gebraucht an meiner Seite. Tjo, ich habe kurz geleckt. Ich hab' dich an meiner Seite gebraucht, Digga. Ich hab' mit dem Jagdgewehr alle hops genommen. Du hättest mich geholt mit ne Karte. Ja, okay. Na, was, was? Aber wie denn? Ich meine, du hättest meine Karte holen sollen. Wie? Einfach laufen. Wie denn, Bro, wie? Ich bin einfach enttäuscht von dir. Einfach nur enttäuscht. Du bist enttäuscht von mir? Ja. Das ist echt schade. Das ist echt schade an dieser Stelle. Nein, ehrlich. Muss man an dieser Stelle einfach mal gesagt haben. Oh mein Gott. Die Affen haben wirklich diese Fische genommen. Ey, Trilas, wenn man den Hai kennt, wird ne Fische. Ich hol' ihn auf Land. Ich hab' hier keine Waffe, Bro. Ich hab' hier keine Waffe. Hier, ich hab' hier noch auf Land. Ich hab' hier keine Waffe, Digga. Er haut da ab. Freunde, ich glaub' das ist das Fehler. Nee, nee, vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir. Alles gut. Ey, mythischer Hai! Mythischer Hai! Mythischer Hai! Hol' den, hol' den noch mal her. Hol' den noch mal her. Sag's auch nein, leider nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe ihn. Oh mein Gott, der mythische Hai ist einfach bei uns. Oh mein Gott! Laber nicht. Der mythische Hai. Der mythische Hai ist einfach bei uns. Schade, Pischler. Das, was ich vorhatte, hat bis jetzt noch nicht geklappt. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut an dieser Stelle. Das ist gar nicht gut. Stace ist einfach fast tot. Stace ist fast tot. Ey, wir attackieren Mythischer Hai nochmal rein. Stace ist fast tot. Ey, bitte. Er kommt, er kommt. Bitte. Stace, was macht der Hai? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Er hat es wirklich ganz knapp geschafft. Ganz knapp. Ehrenlos. Du wolltest du mir den mythischen Hai holen? Nee. Schap ins Wasser! Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Er hat gestoppt. Du bist so ein 31er. Pischler sagt, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe. Oh mein Gott, nein. Ey, was machst du da? Stace ist voll. Oh mein Gott. Lass mich. Wo macht der Hai? Lass mich. Lass mich. Er hat, er hat, Chuck, Chuck. Chuck, Chuck. Chuck, Chuck, hin oder her. Stace, warum? Was ist denn, ich schwimme weg von ihm? Sio, der hat Chuck, schick du Apfel. Alles gut, alles gut. Er kann hier nicht weg. 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 Stace, bro, was machst du da? Das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Oh mein Gott. Stace, du bist so ein Monkey, ne? Du bist so ein Monkey, die Donkey. Aber Chuckie bringt gar nicht so viel Jungs. Doch. Was hast du denn noch so tolles? Ich will lieber deine Metz. Ich habe eigentlich gar keinen Platz für was anderes. Ich habe doch gar keinen Platz für was anderes. Ich muss jetzt anders machen. Nimm alles Fleisch und nimm Chuck, Chuck. Du machst einen Fehler, wenn du das nicht nimmst. Wenn ich was nicht nimmst? Chuck, Chuck. Aber nicht für Bandagen, du Apfel. Ja, trau mir. Wenn der Heil mich in Ruhe lassen würde. Geh weg. Er frisst die Bandagen weg. Er frisst die Bandagen weg. Wusste ich doch nicht. Dass er die Bandagen wegfällt. Er frisst die Bandagen weg. Ganz kurz. Fisch da. Alles gut. Ich habe kalkuliert. Ich bin Kalkulator. Ganz kurz. Ganz knapp. Nein, geh weg, Heil. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Leute, 10 Artiks. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott. 10 Artiks. Oh mein Gott, das ist nicht tot. Oh mein Gott, das war so knapp. Das war so knapp. Das war so knapp. Tridan, Tridan, geh weg. Bro und du? Tridan, geh weg. Nein, ich habe Fischte, Bro und du. Ich habe Fischte, Bro und du. Und du. Nein. Oh mein Gott. Nein. 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 Er hat so viele kleine Fische noch gehabt. Nein. You are out, my friend. Nein. You are out. Oh mein Gott, wie viele Leute. Komm, trau dich, trau dich, trau dich. Er hatte zu viele Flossen. Trau dich. Digger, wenn ich gewinne, selber deine eigene Schuhe, Digger. Ja, egal. Ich mache Ehre, Mann. Digger, warst du Ehre, Mann. Du hast so verloren. Nein, habe ich nicht. Selber Karma, Stelle, Karma, Stelle. Ich hoffe, Karma. Ich mache Ehre, Mann. Karma, Stelle. Nein. Ich habe mir gesehen. Wie viele Fische hast du denn noch? Ich glaube, ich will nicht richtig sehen. Digger, du bist so ein wichtiger 31er, ja? Ein 30er bist du. Oh, guck mal, was ich noch habe eigentlich. Ehrlich? Fischer, schon wieder. Ich habe euch. Ich bin direkt gestorben am Anfang, ne? Das macht einfach gar keinen Spaß mehr. Kannst du nicht zur Zone? Flieg zur Zone, Digger. Spaß. Flieg zur Zone, sagte er. Ey, Digger, stell dir mal vor, er gewinnt die Runde. Irgendwie. Leute, wie lange will Tridan noch nie überleben? Ich weiß es nicht. Ihr habt keine Chance gegeben, nicht, Jungs. Ich bin der Überlebmeister. Guck mal, das Ding ist, Fischer, wärst du jetzt noch da, dann könntest du Tridan die ganze Zeit nerven sich zu heilen und ich könnte mich heilen. Ja, aber ihr macht, ja, aber ihr macht, ja, aber ihr macht, ja, ihr macht meine Katze gut, eigentlich habt ihr die Regel verletzt und eigentlich habe ich gewonnen. Eigentlich hat der Pischler recht, Jungs. Ja, auf jeden Fall. Ich musste dir helfen, damit du nicht losst. Eigentlich habt ihr die Regel verletzt. Ja, ich habe gewonnen. Äh, genau, Gigi. Gigi! Leute, war eine coole Runde. Leider haben Pischler und ich wieder mal nicht gewonnen gegen Tridan und Stace. Vielleicht das nächste Mal. Drückt uns die Daumen. Lasst auf jeden Fall eine coole Bewertung da. Schreibt uns, wo wir das als nächstes Mal machen sollen und checkt die Jungs ab unten in der Videobeschreibung. Haut rein, wir sehen uns. Peace!